Veronika Faber ist eine deutsche Schauspielerin, Leben und Werk. Sie besuchte die Schauspielschule Gensmar von Hertha Gensmar und spielte von 1965 bis 1969 im Theater am Turm in Frankfurt am Main, am Hessischen Staatstheater Wiesbaden und am Nationaltheater Mannheim. Ab 1970 trat sie jeweils in München, am Volkstheater München, am Bayerischen Staatsschauspiel, an der kleinen Komödie am Theater 44, an der Bayerischen Staatsoper sowie an der kleinen Komödie Hamburg und am Tordscherm Theater Sommerhausen unter Veit Rellin auf. Von 1976 bis 1981 gehörte sie zum Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Zu ihren Rollen gehörten unter anderem Pepper in Gerhard Hauptmanns und Pepper Tanzt, Jessica in Shakespeare's Der Kaufmann von Venedig und Anja in Tschechows Der Kirschgarten. Zum Film kam Veronika Faber zur Zeit der Sexuelle und war danach in zahlreichen Spiel- und Fernsehfilmen sowie Serien wie Tatort und Die Hausmeisterin zu sehen. Auch als die Söse machte sie sich einen Namen. Sie trat häufig zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem österreichischen Schauspieler Kurt Weinzierler, auf. Mit ihm zusammen erhielt sie 1997 den Schwabinger Kunstpreis. Eine gemeinsame Tochter wurde 1984 geboren. Auszeichnungen 1987 Hersfeldpreis Filmografie 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 Vielen Dank.